Die Kryptobörse Binance startet einen eigenen Marktplatz für die Erstellung und den Handel von NFTs und der Start ist bereits im Juni geplant. Und ich finde, das ist eine große Neuigkeit, auch wenn die NFTs zur Zeit eher in einem Rückgang sind, könnte aber Binance erneut einen Hype auslösen, da Binance einfach eine wahnsinnig große Follower-Schaft hat. Ich habe euch ja schon einige Marktplätze vorgestellt, OpenSea zum Beispiel ist einer, da könnt ihr dann eben die NFTs kaufen, verkaufen, das ist dann doch schon ziemlich beliebt und ich finde, das hat eine große Zukunftsaussicht, weshalb ich euch diesen Artikel nicht vorenthalten möchte. Die Plattform, die soll den Nutzern niedrige Gebühren und hohe Liquidität und eine bessere Benutzererfahrung bieten und das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das Binance auch so gut hinkriegt. Die Nachricht kommt zu einer Zeit, als die NFT-Aktivität eher auf dem Rückgang ist. Die wöchentlichen NFT-Volumina sind seit ihrem Höchststand im Februar deutlich gesunken, wöchentliche Nutzer und Transaktionen von NFT-Plattformen sind ebenfalls zurückgegangen. Naja, die Leute haben gesehen, okay, der Hype ist dann doch nicht mehr so groß, da ist nicht mehr so die Kohle zu holen, also sind die dann nicht mehr reingeabt. Und so ist das halt einfach im Cryptospace, aber sobald es sich beruhigt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass einfach so langsam wieder ein Aufwärtstrend entsteht. Auf die Frage hin, warum der Start der NFT-Plattform jetzt kommt, obwohl es eben so einen großen Rückgang gibt, hat ein Binance-Sprecher gesagt, dass es eben ein strategischer Schritt von der Börse ist, da es in den fundamentalen Wert und das Potenzial der NFT-Anwendung auf lange Sicht glaubt. Und ich bin absolut auch dem seiner Meinung. Und das ist natürlich extrem wichtig. Gewaltig. Es gibt zwei Hauptmerkmale. Die Binance-NFT-Plattform wird zwei Hauptfunktionen bieten, Premium-Vervenz und den Handel. Premium-Vervenz werden es den Schöpfern ermöglichen, ihre Werke auf der Plattform auszustellen und diese dann auch zu versteigern. Binance sagt, dass es 10% Gebühren für diese Veranstaltung heben wird und 90% des Erlöses wird an den Schöpfer als Gewinn gehen. Und ich finde das eigentlich ganz fair. Finde ich vollkommen in Ordnung. Da hat der Benutzer dann eben den Zugriff auf eine gewaltig große Plattform. Was die Handelsfunktionen anbelangt, wird die Plattform den Schöpfern erlauben, ihre NFT zu prägen, sowie den Benutzern ermöglichen, ihre bestehenden NFTs auf der Plattform zum Verkauf oder zur Versteigerung zu hinterlegen. Auf die Frage hin, welche Blockchain-basierten NFTs für die Plattform unterstützt werden, sagt der Sprecher. Also hauptsächlich die beiden Smart Chain und Ethereum. Aber das bedeutet halt eben auch, dass Benutzer in der Lage sein werden, beliebte Ethereum-basierte NFTs wie CryptoPunks und Hashbacks auf der Plattform zu hinterlegen und zu verkaufen. Und das finde ich wirklich auch sehr positiv. Die NFT-Plattform lädt nun Künstler und Schöpfer für Kollaborationen über ihre Webseite ein. Mobile Versionen der Plattform sollen, sowohl iOS als auch Android, werden zu einem späteren Zeitpunkt dann verfügbar sein, sagte Binance. Anfang diesen Monats ging Binance dann auch eine Partnerschaft mit Media Publisher, dem Herausgeber der Vogue Singapur, ein, um ihnen beim Aufbau einer NFT-Plattform zu helfen, die sich auf Modekunst und der Musikbranche konzentrieren wird. Ich finde, das sind große Neuigkeiten und ich freue mich wahnsinnig auf diese Plattform. Ich denke, dann könnte der Hype auch um die NFT-Geschichte wieder steigen. Von daher guckt jetzt vielleicht ein paar NFT-Coins, Token an, die jetzt gerade einen gewissen Boden erreicht haben. Vielleicht werden diese auch wieder relevant. Okay Leute, macht was aus den Informationen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.